Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Faktorio. Ich habe keinen Plan, was wir machen wollten. Super, ha? Das ist wieder eine Wahnsinns-Vorbereitung, die ich habe. Und hier kommen ja immer noch so scheiße dummig. Da, da, komm mal durch. Hier war offensichtlich schon wieder Bambule. Ja. Wohl sehr. Okay. Ja. Faktorio. Ähm, mein Lieblings-Bausimulator und Nächte-Durchmach-Spiel. Wenn man das so sagen kann, was machen hier die Tanks? Hier passiert gar nichts mehr. Geil. Weil Leichtöl schon wieder voll ist. Ähm. Okay, na dann nehmen wir das doch hier gleich mal als erste Baustelle. Dann nehmen wir hier nämlich noch ein paar Chemiefabrik, Verbrechenmörnersfabriken natürlich im Betrieb. Und, äh, verarbeiten das leicht immer ein wenig weiter. Schmiermitte ist auch so ziemlich viel da. Ver- Brauchen, doch verarbeiten wir zu den Maschinen, ne? Da, glaube ich. Habe ich Rohre bei? Habe ich bei? Sehr schön. Denn, äh, werden wir hier das Gestrüppchen mal weiter führen. Platz haben wir ja noch. So. Habe ich vielleicht sogar fast ein bisschen viel gebaut, aber... Ihr seht ja, das Leichtöl, das läuft halt echt immer voll. Also das geht super schnell. Und, äh, wenn das Leichtöl natürlich voll läuft, dann haben wir natürlich ein Problem. Ähm. Weil dann natürlich kein Petroleum mehr hergestellt wird. Und, ähm, das ist ja das, was wir so am meisten brauchen. So. Und so. Ups. Da fehlt auch noch einer. Und, ähm, dann kopieren wir das hier mal rein. Und brauchen dann noch Wasser. Oh. Und natürlich auch noch Strom. Habe ich das wirklich? Nee. So. So. Ja, falls ich heute, äh, falls es heute mal wieder ein wenig konfus wird, es liegt im Moment da dran, äh, der eine oder andere weiß ja, ich bin im Bewerbungsstress und, ähm, hab da auch relativ viel um die Ohren jetzt gerade und, ähm, muss zugeben, toi, 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 das ist wirklich alles total super bei mir gelaufen. So super, äh, dass ich jetzt tatsächlich eine freie Wahl habe und das ist alles nicht ganz so einfach für mich tatsächlich, weil es, ähm, zwar in dem Sinne der gleiche Beruf ist, ähm, sprich, ähm, ähm, ich sag mal vom Aufgabengebiet her das gleiche ist, sprich IT-Helpdesk, das, was ich ja eigentlich immer machen wollte, ähm, aber halt wirklich in zwei komplett unterschiedlichen Branchen, wenn man das so möchte, ähm, nämlich einmal in einer, ja, in einer Kanzlei und, ähm, einmal, ja, in einem sehr bekannten, ja, Online-Shop, wenn man es so sagen möchte und, ähm, man kann sich das natürlich vorstellen, dass das, ähm, ähm, natürlich auch einfach einen unterschiedlichen Umgang ganz einfach hat. Also, das ist natürlich alles in dem Online-Shop, ähm, da ist es auch gleich alles per Dua, alles, ähm, ähm, bunt, hip, so ein bisschen leichter gemacht halt irgendwie alles und, ähm, ich sag mal, bei den Anwälten ist das natürlich alles so ein wenig, ähm, ich sage mal steriler, allerdings auch nicht unangenehm, aber ich sitze jetzt hier, äh, da, es ist Freitagabend und ich weiß nicht, äh, welchen Job ich annehmen soll, ähm, weil ich mich einfach wirklich im Moment partout nicht entscheiden kann und, ähm, ja, meine Frage an euch, wie ist das denn so bei euch, äh, wo würdet ihr lieber arbeiten in einem, ich sag mal in einem, was ist denn das ja eigentlich, ähm, ja, in einer Arbeitsstelle, von der ihr wisst, dass sie, ähm, sicher ist, aber dafür vielleicht nicht so eurem Umgang entspricht, ähm, oder, ja, in einer Firma, von der ihr in einer Meinung seid, dass ihr dort einfach glücklicher sein würdet, weil es eher ihr, ihr selbst ist, ne, also, oder ihr selbst seid, also ich hab zum Beispiel das Problem, ich hasse es, mich irgendwie für Arbeit irgendwie schick anziehen zu müssen oder ähnliches, ähm, wie seht ihr das, ähm, ist euch das sowas egal, wenn ihr euch einen Job sucht oder, ähm, ist das für euch durchaus auch, äh, wichtig, dass ihr irgendwie euch selbst dabei nicht verliert, also ich hab nämlich gerade so ein bisschen das Gefühl, ich hab irgendwie das, dass ich bei der Anwaltskanzlei mich vielleicht ein wenig, ähm, ja, ähm, nicht so wohlfühlen würde vielleicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ähm, gehört auch nicht zum Spielfaktorio ist gerade so ein Ding, was mir im Kopf drum herum schwirrt und, ähm, ja, so ist es, ähm, Leichtöl, das sollte hier jetzt mal ein bisschen ansteigen, oder, Jungs und Mädels, aber auch nicht so wirklich viel, ne, und irgendwie ist fast gar kein Ton da, ich das letzte Mal alles so, so sehr niedrig runtergestellt, ich weiß es nicht, wir schauen mal, wie sich das verhält, wir haben jetzt hier ja ein wenig weiter ausgebaut, ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, ich, ähm, weiß nicht, wie viele Leute von euch so in, ähm, sich jemals die Frage haben stellen müssen, äh, ob man lieber, ich sage mal, sich selbst treu bleibt oder dafür einen Job macht, der vielleicht bessere Aufstiegschancen hat, der natürlich sicherer ist, ganz klar, Inwelte braucht die Welt jederzeit, ähm, ja, mich würde mal interessieren, was ihr so dazu sagt, könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, ähm, vielleicht helft ihr mir ja auch, ne, vielleicht, ähm, ja, könnt ihr mir helfen, um eine Entscheidung zu treffen, ähm, für was ich mich entscheiden sollte, was machen jetzt ja eigentlich so die Lasertürme, hier passiert nichts, weil, weil wir so viele Lasertürme haben, ne, wir haben doch gar keine Lasertürme, da sind welche drin, ne, und ihr räumt nicht raus, oh, ungünstelig, klingt mal, da hat die Tondinelle wieder mal missgebaut, kleiner als, machen wir mal ruhig, 100, äh, und wieso räumst du trotzdem nicht raus, da sind doch zwei Stück jetzt drin, äh, weit rum, aha, na, Mathematik war noch nie so meine Stärke, gut, Laserproduktion läuft denn somit auch endlich, und, ähm, ja, wir erforschen gerade Kampfbeauterschaden und ich überlege gerade, ähm, ob wir jetzt noch irgendwas brauchen, wir schauen jetzt mal eben mal ganz, ganz kurz so ein bisschen auf die Fließbänder, ja, rote Schaltkreise sind halt, ähm, irgendwie noch nicht so wirklich viele da, aber die sind halt auch immer ein Problem, muss man tatsächlich sagen, und ich glaube, das hatten wir hier auch gar nicht so schick gebaut, ne, ich glaube, das war ja, ähm, das kann man durchaus auch schöner worden, ich werde jetzt gerade auf das umbauen, vielleicht, wieso passiert hier eigentlich nichts, weil ich hier auch keine, ja, geil, no, ich denke, es ist ganz einfach, wieso da nichts passiert, ähm, wenn das kleiner als 200 ist, haut es hin, ja, der arbeitet jetzt wieder, kopieren wir uns kurz den und machen, ähm, hier aber natürlich dann rosa draus, genau, und damit gehen jetzt natürlich die roten komplett in die Knie, damit gehen die roten komplett in die Knie, hier unten wird noch flüssig fröhlich abgebaut, hier unten einmal Kupfer, hmm, shoot, also das heißt, wir sollten uns auf jeden Fall um die roten Schaltkreise hier kümmern und diese dann noch ein wenig erweitern, wahrscheinlich um eine so Produktlinie, ich, äh, müsste mal ganz kurz darüber nachdenken, wie würde ich das denn so am besten machen, hm, oh, da ist die Forschung auch schon wieder durch, das geht durchaus sehr, sehr fix hier teilweise, ähm, was haben wir denn hier noch, äh, Schadenserhöhung, Laserturm ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte, weil wir werden dann jetzt auch so langsam auf Lasertürme umsteigen, wenn wir uns auch mal die Karte auch anschauen, ähm, es wird langsam Zeit, ne, äh, seht, hier unten sind die Basen, die ist sogar schon relativ groß, die hier unten ist wahrscheinlich die, von denen immer die Angriffe kommen, so zwischendurch, ähm, hier oben ist noch ruhig, aber es sind wirklich Basen im Moment da ohne Ende, schaut euch mal das hier unten an, das wird ein Spaß, Leute, und, ähm, die Basen entwickeln sich ja auch so ein bisschen weiter, also sprich, das sind zum Anfang nur noch kleine, äh, Baiter, die, ähm, jetzt nicht so großartigen Schaden macht, die gibt's dann noch als mittlere und als, äh, große, äh, hängt dann auch ein bisschen mit der Panzerhöhung zusammen, dann haben wir, ähm, entsprechend, äh, Würmer kommen dann noch und dann halt diese, ähm, solche spuckenden Mistdinger, die halt einfach auf Fernschaden agieren. Ja, gut, wie machen wir das dann hier? Ich würde, ähm, hm, 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 diese habe ich, das habe ich hier so gebaut, hm, hm, ich überlege jetzt halt gerade, weil dieser Schlenker hier unten ist natürlich, der ist echt blöd, ne? Da sind aber tatsächlich 200 drin, aber die werden natürlich auch immer verbraucht. Also wir müssen das auf jeden Fall ausbauen, also da kommen wir so oder so nicht rum. Und, ähm, das heißt, wir brauchen hier, ähm, so, sehe ich das richtig? Ja, ne? Ich glaube schon. So. Oh, das, äh, haut gar nicht hin, ne? Von der Breite. Oder habe ich mich jetzt hier um einen verzählt? Ich habe mich um einen verzählt, oder? Och Gott, ey, ich, äh, das geht schon wieder super los. Ich, äh, habe leider keine Folgen mehr, wenn es so, so wird da ein Schuh draus. Sprich ein Band als, ähm, Output. Ich mache das jetzt erstmal so, dann müssen wir uns dann wahrscheinlich gleich nochmal aus einfallen lassen. Und, ähm, hoch, hallo. Dich wollte ich gar nicht. Ja, und dann, äh, hier entsprechend natürlich raus, äh, raus. Und schon wieder ist die Forschung fertig. Was haben wir denn jetzt noch? Leser, Turm, Feuerrate 2. Machen wir auch. Und so. Und, ähm, hier brauchen wir natürlich die Kunststoffe wieder drin. So. Geh mal kurz hier rüber, kopieren uns den Schnösel. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Und, ja, denn brauchen wir... Ha. Machen wir das dann am blödesten? Aber wie wir gerade sehen, grüne Schaltkreise sind auch nicht mehr so dolle da, ne? Wir müssen auch gleich nochmal gucken. Wir könnten theoretisch, ähm, wir bräuchten zwei Linien. Grün. Und hier würde Kupfer kommen, äh, beziehungsweise Kupferkabel kommen. Und grün können wir uns natürlich von hier oben einfach wegklauen. Das sollte nicht das Problem sein, das wird was. So, und, äh, haben wir Untergrundbänder noch? Ja, noch ein paar. Ähm, dann haben wir das soweit erledigt. Hier einmal runter mit euch, ja. So. Das sollte wahrscheinlich so sogar schon reichen. Hier unten werden die letzten ja auch nicht abgenommen. Genau, sehr schön. Und, ja, Kupferkabel würden hier lang gehen. Und, ja, dann bräuchten wir nur noch, klar, wie immer. Ich überlege gerade, eigentlich müssten langsam auch reichen, oder? Wie viele Kupferkabel brauchst du denn? Vier. Ja, na gut, aber der Eier hat ja da ein bisschen. So, 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 so. Und so, und so. Und, ähm, die roten, hatte ich gerade noch welche, weiß ich. Würden denn die Schaltkreise dabei dran tun. So. Ägibt das Sinn? So für das erste zumindest, ja. Wir brauchen denn jetzt aber natürlich trotzdem noch Kupferkabel. Und da überlege ich gerade, wie wir das dann hier am blödesten machen. Ähm. Ich würde nämlich fast sagen, wir machen das, äh, einen Moment. Bauen wir mal wieder um. Was sonst? Ich hatte da noch welche. So. Und, äh, da kam uns denn auch die Forschung schon wieder entgegen. So, machen wir Landminen. Das ist auch nochmal eine ganz kleine Forschung hier auf jeden Fall. Ähm. Also doch noch eins näher ran. Und wie habe ich es heute nicht so mit den Zehren offensichtlich. Und denn raus. Mensch, du Forschung, geh mir doch nicht immer so auf den Sack. Äh, Kugelschaden. Wir forschen uns lustig, freilich, äh, weiter durch. Ähm. Ich weiß halt eben nicht, ob hier echt zwei ausreichen. Aber, ja, wir, wir probieren es erstmal so. So. Und hier hätte ich denn bitte gerne die Kabelchen. So. Da könnte ich dann eigentlich auch kleine nehmen, ha? So, damals sollte sich das hier jetzt auch ein bisschen, also schön ist tatsächlich immer noch anders. Oh, da kam gerade der Autosave durch. Kommen denn die hier hinterher? Da bin ich so wirklich, ne? Kommen denn irgendwelche unten irgendwann auch mal an? Also ganz unten, so oder so gerade nicht, weil da offensichtlich kein Kabel liegt, aber... Ähm, so. Hat der denn hier dann auch die grünen drin? Die hat er schon drin, also die kommen an. Okay. Gut, sollte anlaufen, würde ich sagen. Ja, wir behalten es mal im Blick. Wir behalten es mal im Blick und schauen uns mal ganz kurz nach der zweiten Baustelle um. Nämlich den, ähm, ja, den normalen Schaltkreisen, die gerade nicht richtig laufen, weil zu wenig Kupfer ankommt. Ja, wer hat das erwartet? Zu wenig Kupfer. Und zu wenig Kupfer kommt hier an. Wahrscheinlich einfach nur, weil wir nicht genug hier rüber bringen. Zu wenig Eisen kommt auch an. Also wir müssen uns hier wieder mal an die Produktion mal werfen. Ähm. Okay. Ja. Ich würde sagen, das heißt ja lustig, fröhlich, äh, wir bauen hier wieder alles um. Wir haben ja hier schon eine zweite, ähm, Linie für die Kupferplatten. Angefangen zu bauen. Schauen wir mal, ups, schauen wir mal, was passiert, die hier weiterführen. Die zwei lasse ich erstmal da stehen, die kann ich zum Schluss. So, super. Da haben wir nämlich jetzt genau die da im Weg. Super. Ähm. Da haben wir genau die im Weg. Blöd, hä? Und hier staut sich halt irgendwie immer diese oberste Reihe, die staut sich halt ohne, ohne Ende durch. Ähm, wie machen wir das denn jetzt? Hm. Ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, wie wir das machen. Ich denke mal ganz kurz drüber nach. Schauen wir das mal kurz ein bisschen an. Und, ähm, weil wir haben jetzt hier auch noch so viel dazwischen und so. Was sagen Sie, ist halt irgendwie alles so? Hm. Ich glaube, wir kommen wahrscheinlich besser, wenn wir hier tatsächlich die Reihen kürzer gestalten. Und dafür dann vielleicht lieber eine zweite Reihe aufmachen. Hm. Äh, Kupfer. Kommt im Moment noch genug an, aber wird uns auch bald ausgehen, ne? Hm. Ich denke mal drüber nach. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und, ja, bis zur nächsten Folge Faktorium. Tschüss.